hallo leute und herzlich willkommen zu battlefield 4 so was ich an dem intro jetzt ganz toll fand war es dass es jetzt einen Übergang zwischen dem Titelbildschirm gab und diesem intro das war ja bei battlefield 3 anders und das hat mich irgendwie extrem aufgeregt ich weiß nicht warum gehen wir mal in den Multiplayer so okay 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 Paracel Store wenn sich jetzt einige fragen warum ich das spiel auf englisch habe weil cooler finde ja fangen wir an ich habe mir dann wohl höchstens höchstwahrscheinlich in den nächsten paar monate premium holen auch das spiel ist ja schon fast option audio so machen wir uns jetzt mal ich muss sagen ich glaube ich habe die Grafik und bin schon direkt da geil geil alter was ist das ey wie behindert Spawner lebe zwei Minuten und bin dann wieder down alter so was neues okay Spawner nicht da weil die menschen mich dort hassen aber ich muss sagen echt so normal geile Grafik das spiel macht mir auch eigentlich riesen spaß so einfach so nur diese einen äh Fehler nerven wenn man jetzt im game ist und dann kann man äh viel gönnet wird nicht she ich sie sondern sie ja ja also ich muss sagen haben diese lichte durchbrüche die haben mich am meisten beeindruckt ich habe mich nicht ich habe mich nicht ich habe mich nicht Behandeln! Das ist auch ziemlich geil, dass das hier in der 67 FGS läuft Das ist ziemlich geil, dass man jetzt auf Tarnung auf diese Fahrzeuge machen kann Sieht viel besser aus Alter Ey, was ist denn eine Ratte? Ey, was? Er schluckt wie eine kleine... Alter, was? Äh, ein Happy? Ein... Oh, Junge Und man zu zweit, also ich bitte dich, man Ey, wie behindert das einfach jetzt war Ey, jetzt spawnen auch zufällig... Alter, fuck Ey, spawnen auch zufällig immer da, wo die ganzen Gegner sind, ey, das ist lächerlich Ich hab ja so einen spitzen Paddel Ich hab ja so einen spitzen Paddel Stop fim душierig Ich hab ja so eineniógen gelten Jetzt stehen drin Sch��er nicht mehr, den K dampflen was ges intensiviert ich hatte keinen Schrank hätte nur 5 KB egal 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 Ah, ja, sauber. Also dieses Video ist jetzt erstmal zum Testen, äh, zum Test, äh, wie das so ist und, äh, wenn das so gut ist, dann werde ich wohl mehrere Videos machen, falls nicht, dann werden wir wohl warten müssen, äh, bis Sony halt das Updating auch geht, äh, um die Letze, außer die Gräte zu benutzen. Alter, alter, alter. Alter, alter, alter. So ein Wichser. Man. Ups. Ja, super geil. Alter, ich krieg hier nicht. Ach du Scheiße, Alter. Ja, wie gesagt, das war jetzt nur so zu Tests. Ich werde dann mal schauen, ob ich noch weiter solche Videos machen werde. Okay, dann haut mal rein. Okay, ich werde da. Okay, ich werde da. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017